so hallo es soll gehen um nicht deterministische komplexitäten in diesem video wir hatten ja bisher über verschiedene komplexitätsklassen gesprochen und darüber wie man das überhaupt definieren kann mit touring maschinen wie man speicher und zeit einschränkt aber all das war ja bisher angewendet auf deterministische komplexitätsklassen und auf deterministische touring maschinen und in diesem video soll es jetzt also darum gehen was passiert wenn wir nicht determinismus ins spiel bringen ändert sich da etwas entstehen da neue klassen wie hängen die mit denen zusammen die wir schon kennen das werden wir gleich zum teil sehen und zum teil auch nicht herzlich willkommen zurück mein name ist marcus kusch das sind die videos zum thema theoretische informatik und logik der t u dresden ja es geht um nicht deterministische touring maschinen und das ist ja an sich ein konzept was sie schon ganz gut kennen wir haben erklärt wie eine nicht determinist struktur maschine funktioniert im prinzip als ein algorithmus der verschiedene pfade einschlagen kann in jedem berechnungsschritt und bei dem wir sagen dass eine eingabe akzeptiert wird wenn zumindest eine dieser möglichen berechnungen dann zum erfolg führt das ist gut zu definieren wenn man nur eine ja nein antwort erwartet also wenn ich nur akzeptanz oder nicht akzeptanz prüfen möchte dann kann ich sagen wenn einer der möglichen berechnungspfade akzeptiert dann wird insgesamt akzeptiert wenn man jetzt einen algorithmus sich vorstellen würde als etwas das eine funktion berechnet wie wir es ja auch teilweise gemacht haben dann ist es nicht so einfach zu sehen was jetzt gemein ist deshalb betrachten wir nicht determinismus immer in zusammenhang mit entscheidungsproblemen da machen wir es uns einfach und müssen diese sorge nicht irgendwie haben okay es geht also um ja nein fragen und im prinzip kann man sagen das ergebnis ist ein oder auf die allen berechnungspfad ergebnis ja also für jeden part kriegen wir ja oder nein und wenn einer davon war es reicht das das ist wie ich schon ein paar mal gesagt hatte asymmetrisch ja also das positive ergebnis ist stärker als die negativen egal wie oft die berechnung fehlschlägt wenn es nur eine möglichkeit gibt erfolg zu haben dann wird die touring maschine dieses als ergebnis liefern okay wir haben jetzt also viele pfade und wenn wir jetzt über ressourcenschränken sprechen wie zeitbeschränkungen oder speicherbeschränkungen dann können wir uns also fragen welche der möglichen pfade meinen wir meinen wir dann nur einen meinen wir alle bestimmte nur die erfolgreichen und die antwort ist ganz einfach in der regel wir meinen alle ja also so definieren wir das alle pfade die die touring maschine nehmen kann sollen die beschränkungen einzeln für sich genommen respektieren definition sei f eine funktion und m eine nicht deterministische touring maschine dann sage ich m ist of zeitbeschränkt wenn es eine funktion g die in of liegt gibt so dass m für eine beliebige eingabe w auf jedem berechnungspfad nach maximal g von w vielen schritten anhält diese definition ist genau die gleiche die sie auch schon bei deterministischen touring maschinen gesehen haben auch da haben wir gesagt es kann eine spezifischere funktion g geben die nur allgemein in of liegt und wir haben auch da gesagt dass es eine schrittzahl begrenzung gibt die durch g definiert ist auf dieser länge des wortes der einzige unterschied die einzige neuigkeit ist dass wir hier einfügen auf jedem berechnungspfad also jeder berechnungsfahrt für sich genommen ist nicht länger als so viele schritte wenn ich alle pfade kombiniere dann kommt natürlich viel mehr raus ja also die wenn ich in jedem schritt eine wahlmöglichkeit zwischen mehreren optionen habe dann sind ja schon das exponentiell viele möglichkeiten nach einer linearen zeit trotzdem würden wir von einer linear vielleicht beschränkten berechnung sprechen ja wenn jeder pfad nicht länger als linear ist okay also jeder berechnungspfad muss das einhalten genauso gilt es auch beim speicher beschränken auch da suchen wir sagen wir dass es so eine beschränkung gibt wenn es eine funktion g gibt in o von f so dass m für eine beliebige eingabe hält und zuvor auf jedem berechnungsfahrt maximal so viele speicherzeilen verwendet das heißt also wie es hier noch mal zusammengefasst ist eine zeit und speicher oder speicher beschränkte nicht die terministische durchmaschine muss also auch auf erfolglosen faden in dem fall in dem wir falsch geraten haben garantiert innerhalb der ressourcen grenzen halten so wollen wir es definieren ich kann gleich dazu sagen das ist nicht unbedingt essentiell das ist die definition wie wir sie verwenden man kann auch weniger streng sein man kann sagen es reicht wenn in manchen fällen der speicher ein oder wenn die akzeptierende berechnung nach so viel zeit zu ende kommt das lässt sich in weiten teilen ganz genauso verwenden denn es ist einfach so wenn man einen algorithmus hat der in den erfolglosen fällen manchmal länger läuft oder manchmal mehr speicher benutzt dann kann man immer auch einen algorithmus finden der für vernünftig definierte ressourcen grenzen g also für solche funktionen sich selbst reguliert und also selber darauf aufpasst dass er nicht über diese ressourcen grenzen hinausgeht denn wenn wir schon sicher sind dass die erfolgreichen pfade innerhalb der grenzen existieren dann müssen wir nicht länger rechnen und wir müssen nicht mehr speicher belegen das heißt wir könnten auch den algorithmus so erweitern dass er das selbst überwacht und dann freiwillig abbricht wenn es also zu so einer längeren laufzeit kommt sagt okay das war offenbar kein erfolgreicher pfad der uns interessieren muss wir brechen hier einfach ab und geben den pfad auf wenn es erfolgreiche pfade gibt dann müssen die auch innerhalb der zeit gefunden werden also insofern ist das nicht ganz essenziell zumindest dann wenn die funktion mit der wir arbeiten für die turing maschine irgendwie gut berechnet werden kann aber so ist es einfacher wir fordern einfach dass es garantiert immer gilt da sind wir auf der sicheren seite okay damit haben wir also definiert was es heißt dass ein nicht deterministischer algorithmus bestimmte zeit und speichergrenzen respektiert wir würden als nächstes jetzt wieder die sicht umdrehen und von den algorithmen zu den sprachen wechseln und uns fragen welche sprachen kann ich jetzt mit solchen algorithmen erkennen und diese sprachen kann ich ganz normal wie erwartet definieren als sprachklassen die ich n time und n space nenne analog zu die time und die space nur hier ist es wirklich wichtig das n zu schreiben denn sonst wissen wir nicht was gemeint ist bei die habe ich ja gesagt kann man es manchmal weglassen also n time ist einfach die klasse aller sprachen l welche durch eine so uf zeitbeschränkte nicht der turing maschine entschieden werden können und n space analog für uf speicherbeschränkte nicht deterministische turing maschine so haben wir also wieder sprachklassen definiert und auch wie beim deterministischen fall sind diese sprachklassen noch relativ spezifisch für eine funktion f auch wenn wir da das o mit drin stecken haben ist das doch etwas eng insbesondere sind die nicht robust unter polynomiellen veränderungen in der laufzeit wie sie durch details der implementierung vielleicht entstehen können das heißt wir definieren jetzt komplexitätsklassen noch etwas allgemeiner das sehen sie hier auf der folie die definitionen die wir hier haben sind im prinzip genau analog zu denen die sie schon kennen für deterministische fälle wir haben hier wieder zwei wichtige zeitklassen nämlich np ganz selten auch als np time geschrieben aber in der regel ist np klar genug ja bei p ist es häufiger dass man mal noch ein time dahinter setzt damit es nicht mit irgendeinem anderen buchstaben p verwechselt wird aber wenn ich np schreibe dann ist normalerweise klar was ich meine also np die nicht deterministisch polynomielle zeit und wir sehen hier also n steht für nicht determinismus ja das ist der grund für dieses n es hat nichts mit ist nicht etwa die nicht polynomielle zeit auch wenn das vielleicht die praktische konsequenz ist und das ist wieder die vereinigung aller n time klassen die ich durch irgendein polinom also n hoch d für irgendeinen grad d erhält exponentiell analog das heißt n exp oder n exp time das beides durchaus geläufig zu schreiben habe ich wenn ich eine exponentielle funktionen mit polinomen im exponenten bilde genau wie bei exp nur eben mit n davor und dann haben wir noch zwei speicher klassen das ist n l die n log space klasse die ich wieder wie log space im deterministischen fall einfach nur als diese eine speicher klasse n space von log n definiere da gibt es keine vereinigung und dann gibt es noch den polinomialen speicher np space der ist auch wieder wie im deterministischen fall definiert okay das sind also vier wichtige klassen es gibt natürlich auch hier viel mehr klassen die ich definieren kann und die benutzt werden aber die können schon sehr viele praktisch auftretende probleme gut erklären okay damit haben wir also jetzt schon erstmal die die groben definitionen ich habe auf der folie noch ein kleines beispiel sie erinnern sich sie hatten in den vorigen videos schon mal vom hamilton fahrt gehört ja das war also ein fahrt durch einen grafen bei dem wir jeden knoten genau ein einziges mal besuchen das war die bedingung und die frage ob es so einen fahrt gibt ist nicht leicht zu entscheiden wir haben kein einfaches kriterium gefunden wie bei den euler pfaden sondern müssen im prinzip alle pfade durchprobieren schien es uns es zeigt sich aber mit einer nicht deterministischen turing maschine kann man das besser lösen man kann die existenz eines hamilton pfades nämlich auch in np entscheiden der grund ist einfach dass der hamilton pfad selbst wenn er existiert nicht sehr lang sein kann da kommt ja jeder knoten nur ein einziges mal vor das heißt der pfad selbst ist von linearer länge bezüglich der größe des grafen ich könnte also so einen pfad in polnomer der zeit erraten man redet einfach in jedem schritt einen neuen knoten dazu vielleicht braucht man um wirklichen knoten zu raten mehr als einen schritt ja in so einer touring maschine aber so genau nehme ich es jetzt hier nicht im prinzip wird es polnomer sein und wenn ich einmal ein pfad komplett geraten habe auf meinem band vielleicht den niedergeschrieben habe dann kann ich mit einem leichten algorithmus überprüfen ob es wirklich ein pfad ist durch den grafen und gegebenenfalls auch nochmal aber wirklich jeden knoten nur einmal enthält wenn das noch nicht beim raten sichergestellt wird okay das heißt also hamilton pfade könnte man in np lösen das ist also schon nochmal eine präzisierung wie sich herausstellen wird bisher hatte ich ja nur gesagt es geht in exp time und es geht auch in p space deterministisch und in np geht es eben auch nicht deterministisch okay so jetzt möchte ich noch ein paar beobachtungen anschließen die die beziehungen dieser klassen mit anderen klassen zu einem gewissen grad zumindest schon mal aufklären soweit wir jetzt kommen können in den verbliebenen ein paar minuten aber zumindest dass wir schon mal einen eindruck haben denn was natürlich offensichtlich ist jetzt mit diesen vielen neuen klassen die alle ein n davor stehen haben gibt es viele neue fragen ja wir hatten schon vier deterministische klassen jetzt haben wir noch vier nicht deterministische wie stehen die in beziehung habe ich die sind die irgendwie überhaupt vergleichbar sind die unvergleichbar miteinander und wenn sie vergleichbar sind welches sind die größeren welche sind die kleineren und das kann man sich jetzt zumindest in einigen fällen ganz gut überlegen wie wir sehen werden zunächst einmal eine beobachtung oder ein paar bemerkungen die ganz allgemein gemacht werden können dass bestimmte konstruktionen nämlich bei nicht deterministischen turing maschinen genauso möglich sind wie die deterministischen also zum beispiel die zeitreduktion durch linear speedup in der ich einfach mehrere symbole an die stelle eines bands im bros geschrieben habe das geht auch mit nicht deterministischen turing maschinen gibt es keinen grund warum das dort anders sein sollte lineare speicherreduktion das ist das analogon zum linear speedup geht auch mit solchen nicht deterministischen turing maschinen ganz genauso hat ja damit nichts zu tun ob die übergänge deterministisch sind die das kodieren des speichers in weniger feldern das ist immer deterministisch und dann kann ich von dort an nicht deterministisch weiterrechnen wie es auch sonst gemacht hat bandreduktion von mehr band touring maschinen auch das kann man nicht deterministisch machen oder besser gesagt kann man für nicht deterministische algorithme nutzen dieses verfahren genauso wie es bei deterministischen auch war als vorberechnung und dann simuliert man okay das geht also außerdem sehen wir ein paar einfache beziehungen zwischen zeit und raum die ich im letzten video schon für die deterministischen fälle nochmal erklärt hatte nämlich ist es auch so dass für beliebige funktionen das was ich in einer bestimmten zeitvorgabe f erreichen kann auch mich beschränkt dahingehend wie viel speicher ich nutzen kann n time von f ist enthalten in n space von f der gleiche algorithmus der in n time läuft läuft notwendigerweise auch in n space er kann gar nicht so viel speicher nutzen in der kurzen zeit umgekehrt gilt auch etwas ähnliches zu unserem anderen teil für zu dem deterministischen teil die nämlich die space klasse n space von f ist auch in einer zeitklasse enthalten ich kann mit exponentiellem mehr aufwand dieses problem lösen aber hier gibt es eine besonderheit hier steht ein d denn sie erinnern sich wie wir das gemacht hat ich hatte einen konfigurations grafen konstruiert um dieses verfahren zu simulieren sozusagen ich hatte alle konfigurationen die diese platzbeschränkte turing maschine einnehmen kann als grafen hier vorgestellt und dann ein algorithmus der die akzeptanz testet indem er testet ob ich in diesem grafen von einer stadt konfigur oder von der stadt konfiguration zu einer akzeptierenden konfiguration gelangen kann und man sieht jetzt leicht wenn der graf wenn die turing maschine nun nicht deterministisch wäre dann hat sie trotzdem einen konfigurations graf aber worin zeigt sich dann nicht determinismus können sie mal darüber nachdenken was würde das heißen wenn ich eine nicht deterministische maschine habe und bildet deren konfigurations grafen wie unterscheidet er sich vom deterministischen naja einfach darin dass es möglich ist dass eine konfiguration in diesem grafen mehr als einen nachfolger besitzt ich habe dann die wahl beim deterministischen ist klar es gibt immer höchstens einen nachfolger in jeder konfiguration ich bin fest vorher festgelegt darauf was ich als nächstes tue beim nicht deterministischen kann sein der weg verzweigt sich das ist aber der einzige unterschied und wenn ich ohnehin den ganzen grafen berechnet der exponentiell groß ist und dort erreichbarkeit testet dann stört mich das wenig denn der aufwand ist sehr groß exponentiell für die konstruktion des grafen aber die der erreichbarkeit test der vom start zum ende geht der wird nicht wesentlich leichter dadurch dass der graf sich nicht verzweigt das kann ich mit einfachen polynomialen algorithmen bezüglich der größe des grafen natürlich kann ich das lösen und da spielt es keine rolle ob es da verzweigungen gibt das heißt ich kann tatsächlich dieses nicht deterministische platzbeschränkte problem auch deterministisch zeitbeschränkt lösen aber mit entsprechenden mehrerfahrt und hier steht noch mal in einer zeile drunter wie das funktioniert okay das ist also die situation wie sich zeit und speicher zueinander verhalten und auch hier in einem fall schon wie sich nicht determinismus und determinismus zueinander verhalten okay was kann man noch sagen nicht determinismus und determinismus haben natürlich noch andere interessante beziehungen und einige davon sind auch gar nicht so schwer wir haben jetzt ja schon einiges gezeigt nämlich dass die platte die zeitbeschränkung in f auch eine speicherbeschränkung in f ist die wiederum auch eine deterministische zeitbeschränkung in exponentielle funktion von f ist was auch klar ist ist dass in jedem fall nicht determinismus simuliert werden kann durch determinismus auch hier mit exponentiellen mehrkosten und das folgt einfach hier aus der zusammensetzung dieser sachen also das wussten wir eigentlich auch vorher schon ja das steht hier an der anmerkung es gab schon in den früheren videos hier vorlesung formale systeme die auch hier als videoreihe zu automaten und formalen sprachen verfügbar ist da hatten wir schon mal direkt gezeigt dass man eine dass man den nicht determinismus auch simulieren kann in einer touring maschine ein bisschen anderes argument da verwendet mit einer breiten suche durch den berechnungsbaum der touring maschine aber auch da sind wir zu dem schluss gekommen wenn man exponentiell viel zeit investiert kann man alle denkbaren berechnungspfade systematisch durchsuchen und also entscheiden ob die touring maschine akzeptieren wird oder nicht ja und jetzt haben wir das sozusagen durch hintereinander hängung dieser drei zwei inklusionen auch nochmal anders gesehen außerdem kann man hier gleich nochmal anmerken dass das tatsächlich das beste ist was wir bisher haben also es ist nicht bekannt dass nicht deterministische zeit in irgendeiner deterministischen zeit liegt die nicht oder die echt kleiner ist als diese exponentielle funktion klein o notation ja der kleinen o notation heißt dass diese funktion die hier dominiert also dass sie die asymptotisch beliebig viel stärker wächst und also die stärker ansteigende ist und da was das hier letztlich nur bedeutet ist g ist eine funktion die schwächer wächst als exponentiell die muss nicht polynomiell sein aber die muss irgendetwas dazwischen sein was noch nicht ganz exponentiell ist und nichts der gleichen ist bekannt also tatsächlich diese einfache funktion die ja ziemlich leicht gefunden war mit einer groben abschätzung ist bezüglich der unnotation und dieser darstellung tatsächlich das beste was wir haben okay das ist also relativ relativ offen es könnte natürlich trotzdem sein es gibt was besseres aber da das ist zumindest bisher nicht bekannt dazu werden wir noch kommen zu den dingen die hier verschiedentlich unbekannt sind zunächst einmal was wir wissen ja hier eine kleine folie wir haben ein paar dinge ja schon zusammengetragen die können wir hier noch mal auf eine folie bringen und dann haben wir schon ganz schön viel erkannt eine einfache beobachtung ist jede deterministische turing maschine ist auch eine nicht deterministische ja das heißt was ich deterministisch mit einer bestimmten beschränkung erreichen kann kann ich auch nicht deterministisch erreichen ich muss einfach nur einen nicht deterministischen Algorithmus wählen der keine wahl hat der immer das gleiche macht oder der der determiniert ist durch das was in sein was er als eingabe hält und das ist dann trotzdem eine sonderform von nicht deterministischen Algorithmus dadurch dadurch weiß ich l ist in nl p ist in np p space ist in np space x bis in nx das alles immer mit gleichen ressourcen ist klar wenn ich es deterministisch schaffe schaffe ich es auch nicht deterministisch ich weiß außerdem zeit ist schwächer als speicher das kann ich deterministisch wie nicht deterministisch anwenden p ist in p space np ist in np space und ich weiß die speicher egal ob deterministisch oder nicht ist immer in exponentieller zeit daher weiß ich nl ist in p wieso weiß ich das naja weil zwei hoch logarithmus ist einfach ein polonium und np spaces in exp also weil hier ein polonium steht und das ist exponentieller zeit ok all diese dinge wissen wir also schon und darüber dadurch ergeben sich schon eine ganze menge beziehungen und dann gibt es noch ein wichtiges was ich hier erwähnen will ohne dass ich es hier in diesem video kurs beweise dazu gibt es vertiefende vorlesungen wir haben complexity theory zum beispiel im angebot in dresden wo man das noch mal genau besprechen kann das ist der berühmte satz von savage den walter savage vor einigen jahrzehnten schon bewiesen hat nämlich dass es auch möglich ist speicher beschränkte nicht deterministische touring maschine schienen durch deterministische zu simulieren und zwar mit nur quadratischen mehrkosten das ist gar nicht so offensichtlich ja wenn sie sich eine einfache simulation für die für speicher beschränkte touring maschinen überlegen dann kommen sie vielleicht auf so etwas wie unser konfigurations graph dass man sagt man versucht irgendwie erreichbarkeit zu prüfen von start konfiguration zu end konfiguration aber das problem ist jetzt wenn sie speicher beschränkt sind zum beispiel polynomiellen speicher haben dann können sie ja exponentiell viele konfigurationen haben das heißt der weg zwischen start und ziel kann sehr lang werden und es ist insbesondere nicht möglich diesen weg komplett in den speicher zu laden wenn sie nur polynomiell fehlen also wie ich hier gesagt hatte bei savage nur quadratisch viel zusätzlichen speicher zulassen wollen nicht deterministisch geht das ja nicht deterministisch kann man immer den nächsten schritt erraten man merkt sich nur wo man gerade ist und geht blind durch den konfigurations grafen immer nur eine konfiguration im speicher die nächste wird erraten und geprüft das ist nicht deterministischer algorithmus im prinzip schon mit dem man erreichbarkeit nicht deterministisch prüfen kann ohne dass man viel speicher halten muss man muss irgendwann abbrechen wenn man es nicht gefunden hat damit es damit es auch terminiert aber dazu reicht ja die schritte mit zu zählen die man macht wenn man das dagegen deterministisch lösen will das problem dann muss man würde man bei der normalen suche wenn sie eine tiefen suche oder breiten suche oder was auch immer machen sich natürlich im speicher notieren welchen weg sie gegangen sind sie müssten wissen welche konfiguration hatten sie schon gesehen damit sie sicher sind dass sie nicht im kreis gehen irgendwann wieder herumkommen bei oder wenn sie jetzt der tiefen suche organisieren wollen müssten sie wissen was ihre bisherigen wegpunkte sind einfach damit sie wenn sie backtracking vornehmen und den anderen abzweig probieren dann müssen sie wissen wo sie da als nächstes suchen müssen aber das geht nicht denn wenn der weg exponentiell lang sind ist dann können sie nicht im speicher sich merken wo sie bereits waren und das ist also die schwierigkeit bei savage und der hat eine eine schlaue deterministische suchmethode erfunden mit der man also mit polenomieren overhead deterministisch ohne jemals raten zu müssen die erreichbarkeit prüfen kann obwohl der fahrt unter umständen exponentiell lang wird das ist ganz witzig okay das lassen wir also einfach mal so stehen und wenn wir das jetzt alles kombinieren dann haben wir schon ein ziemlich befriedigendes bild der gesamtsituation es stellt sich heraus all die klassen mit denen wir es zu tun gehabt haben bisher sind in einer totalen ordnung hier anzuordnen l ist die kleinste dann folgt nl dann p np p space ist dasselbe wie np space da brauchen wir np space wird in der regel nicht genannt ja das ist allen bekannt dass das gleiche ist das heißt wir verwenden normalerweise nur p space darauf folgt exp und dann n exp und das ist ja schon ganz nett und so können wir zumindest erst mal sortieren nach schwere ja das sind die ganz leichten probleme das sind die schon ganz schön schweren probleme okay das ist also das was wir wissen jetzt ist allerdings auch so umgekehrt wie sie sich denken dass es eine menge dinge gibt die wir hier nicht wissen ja das haben sie auch schon mal gehört hier noch mal das was wir wissen wir wissen allerdings nicht ob irgendeine dieser inklusionen die hier vorkommen echt ist ja sie sehen hier ist eine kleine durchgestrichenes gleichheitszeichen hier unten also das heißt das ist eine echte ein echte enthalten seins beziehung das ist bei keiner dieser inklusionen bekannt jetzt könnten sie sagen na gut die sind ja auch nah beieinander l und nl und p das ist vielleicht gar nicht so unterschiedlich da kann man schwer was dazwischen bringen um das wirklich zu trennen aber es ist tatsächlich so dass selbst größere abstände hier nicht als unterschiedlich bekannt sind wir wissen nicht einmal das steht hier ob l nicht vielleicht gleich ist zu np ja also selbst hier über diese wo ich zwei überspringe ist unklar ob das unterschiedliche klassen sind hat bisher niemand zeigen können es könnte gleich sein und insbesondere wissen wir natürlich auch nicht diesen berühmten fall ob p gleich np ist oder nicht darüber sage ich noch mal mehr spielt ok gut also vieles ist unbekannt ein bisschen was wissen wir trotzdem also erstens vermuten wir dass alle diese inklusionen echt sind also dass hier wirklich unterschiede vorliegen und das ist da also nicht dass es nicht nur scheinbare unterschiede sind und bekannt ist das zumindest in den fällen in denen wir die gleiche ressource beschränken und exponentiell viel hinzugeben also nl logarithmischer speicher nicht deterministisch versus np space nicht deterministischer polinomier speicher was einfach nur p space ist deshalb können wir das hier so schreiben die sind unterschiedlicher logarithmisch polinomier da ist ein exponent dazwischen und wir beschränken die gleiche ressource p und exp exponentiell viel zeit kann mehr als polinomier viel zeit und auch np und n exp auch das wollen wir nicht beweisen da gibt es die sogenannten time und space hierarchy theoreme die wir auch in complexity theory im detail beleuchten wenn sie das interessiert kommen sie mal in diesen kurs okay gut das heißt soweit zu unserem allgemeinen verständnis von diesen einfachen klassen und zu unserer ignoranz in manchen stellen bezüglich der dinge die da noch gelten könnten und die wir einfach nicht bestimmen konnten bisher darüber wird noch mehr zu sagen sein in den im nächsten video möchte ich zunächst aber über eher praktischere themen reden in dem sinne dass ich mich den effizient lösbaren problemen zuwende also besonders mal über die komplexitätsklassen p time und log space und vielleicht auch nl spreche also den unteren teil unserer komplexitäts hierarchie hier und schaue was man denn damit so anstellen kann und ja auch wie praktisch die denn dann wirklich sind oder wie wir die bewerten sollten bis dahin tschüss und auf wiedersehen bis jetzt bis jetzt Vielen Dank.